Die Grasernte kann im Norden Niedersachsens schon interessant sein. Teils unebene, mit Grüppen versehene, moorbelastete oder einfach kleine Flächen machen die Arbeit ab und an schon spannend. Und doch lassen sich wunderbare Haufen formen, um dem Tier die Futterzufuhr im Winter gewährleisten zu können. Es ist und bleibt spannend bei uns im Norden. Die Grasernte kann im Norden Niedersachsen sein. 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 Die Grasernte kann im Norden Niedersachsen sein.